Ich kann den Jungen noch nicht zu Hause anbinden. Was hätte ich denn machen sollen? Guckt mich an, ich bin ein Koppel! Soll dein Sohn auch so nach Hause kommen? Was, habt ihr nicht recht, so mit mir zu reden? Der Junge wollte zur Hitlerjugend. Wie tausend andere auch. Der will sich wehren und der will sich rächen. Ja. Kick mich nur an, ich scheiß drauf. Ihr wart an der Front, ihr habt gelitten, ja. Aber ihr habt doch wenigstens kämpfen können. Wir haben Janisch tun können, wenn es hier Nacht für Nacht Bomben vom Himmel geregnet hat. Wir haben nur unsere Angst gehabt. Und unsere Wut. Die Jungs bewaffnet haben, das war nicht meine Idee. Der Führer hat gesagt... Der Führer! Der Führer hat ganze Armeen verheizt. Er schickt der Greise und Kinder in den Krieg gegen zwei Millionen russische Soldaten. Der ist doch verrückt geworden! Feigling! Peter! Warte, bleib stehen, lass uns reden! Was verlangst du von mir? Sag mir das! Denkern, warte, Wir haben uns.